It's official now. I'm a Corona-Bitch. Ja, ich werde mich gleich noch ein bisschen darüber aufregen, weil das wirklich sehr suboptimal gelaufen ist. Ja, was soll ich groß dazu noch sagen? Ihr habt es gerade schon gesehen. Ich habe, obwohl ich doppelt geimpft bin, den Corona-Jackpot gezogen. Ey! Äh, ja. Ja. Und jetzt hocke ich in Quarantäne. Ich dachte, ich mache ein kurzes Update-Video dazu. Also ich hatte es ja schon auf Instagram erzählt, aber mich haben dann relativ viele Fragen erreicht. Und ja, da habe ich jetzt mal so die drei, vier am häufigsten gestellten Fragen aufgeschrieben. Und die arbeiten wir jetzt kurz ab. Joa, it is what it is, ne? Habe ich damit gerechnet? Nein. Habe ich jetzt doch Corona, obwohl ich seit Ende August doppelt geimpft bin? Ja. Zuerst mal die Frage, die mir immer am häufigsten gestellt wird. Wie geht's dir? Mir geht's tatsächlich ziemlich gut. Ich habe noch einen weiteren Unterpunkt vorbereitet, nämlich hast du Symptome? Darauf gehe ich gleich ein. Aber vornherein, ja, mir geht's gut. Wenn du geimpft bist, wie hast du dann überhaupt mitbekommen, dass du Corona hast? Ja, das haben mich auch viele gefragt. Denn es ist ja so, dass ich theoretisch mich nicht mehr testen lassen müsste. Ich komme ja überall auch ohne Test rein. Das heißt, es ist wirklich durch Zufall aufgefallen. Das war letzte Woche Mittwoch beim Friseur. Und danach bin ich einkaufen gegangen. Und als ich bei Edeka an der Kasse stand, da liegen ja die Corona-Tests aus, dachte ich mir, ja, ach, ich hatte jetzt die letzten irgendwie seit zwei Tagen ein bisschen schnupfen und ich kann ja einfach mal einen Test mitnehmen und so einen Routinetest machen. Ich habe das eigentlich in der Vergangenheit auch schon gemacht. Also seitdem ich mich nicht mehr testen lassen muss, um überall reinzukommen, habe ich trotzdem versucht, so einmal die Woche schon einen Test zu machen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner Familie gefahren bin, habe ich vorher oft noch einen Test gemacht. Dann habe ich den Test gemacht, den hingepackt und habe mich auf die Couch gepackt, um was zu essen. Und als ich dann aufgestanden bin, um zu gucken, was das Ergebnis ist, habe ich auf einmal zwei Striche gesehen und war so, N-A-U? What is this? Ich hatte mir zwei gekauft, dann habe ich noch einen zweiten Schnelltest gemacht, aber der war auch positiv. Und dann war ich so, well, dann, äh, ja, war ein bisschen dumm. Dann ist es ja so, und das möchte ich gerne erzählen, weil ich da echt ein bisschen ratlos war. Und dann muss man ja einen PCR-Test machen, um das zu überprüfen. Und ich, ja, weil ich dumm bin, wusste ich halt nicht, okay, wo kriege ich jetzt einen PCR-Test her? Gehe ich mal zum Testzentrum, denn da bieten die dir an, ne? Ich bin dann natürlich mit FFP2-Maske rausgegangen und so, weil ich ja eben schon den positiven Schnelltest hatte. Und habe da erst mal gesehen vor Ort, dass der Test 75 Euro kostet. Und bin deswegen kurz zur Apotheke gegangen. Und die in der Apotheke haben dann zu mir gesagt, also, wenn die Schnelltests positiv sind, die sind schon relativ genau, dann bist du wahrscheinlich auch wirklich positiv. Und der meinte dann zu mir, also, wenn du jetzt schon einen positiven Schnelltest hast, dann kann es dir auch passieren, dass ich die Testzentren gar nicht mehr nehme. Und ich würde dir auch empfehlen, da nicht mehr hinzugehen, weil du dann ja auch eventuell Leute anstecken könntest. Deswegen ruf mal im Klinikum an. Dann habe ich da angerufen. Und die haben mir gesagt, ich soll jetzt nach Hause gehen und müsse dann mit dem Gesundheitsamt sprechen. Und die würden mir dann weitere Infos geben. So, dann bin ich nach Hause, habe das Gesundheitsamt angerufen. Da ging keiner mehr ran. Ja. Auf dem Anrufbeantworter haben die, glaube ich, gesagt, dass die bis 16 Uhr aufhaben. Und es war vor 16 Uhr. Dann habe ich online nochmal gegoogelt. Da stand aber, dass sie den ganzen Tag geschlossen haben. Dann dachte ich mir, okay, das ist auch ein bisschen weird. Meine Mutter hatte mir dann gesagt, es gibt ja auch noch den Bereitschaftsdienst. Dann habe ich da angerufen. Die haben mir gesagt, ich müsse beim Gesundheitsamt anrufen. Die haben aber an dem Tag nur bis 14 Uhr auf. Wenn das nicht geht und ich da keinen erreiche, gibt es auch noch die Möglichkeit, dir eine Mail zu schreiben. Aber ja. Und dann dachte ich mir, wie nervig ist das, dass ich einfach für ein Amt drei unterschiedliche Angaben bekommen habe. Auch dem Anrufsbeantworter sagen sie, sie haben bis 16 Uhr auf. Die sagen mir bis 14 Uhr. Und online steht, dass sie geschlossen haben. Also what the fuck is this even? Naja, dann habe ich dem Gesundheitsamt eine Mail geschrieben, woraufhin die auch geantwortet haben. Und die haben gesagt, ich müsste zum Hausarzt gehen und mir da halt einen Termin für den PCR-Test holen oder beim Bereitschaftsdienst anrufen, falls es außerhalb der Öffnungszeiten ist. Dann habe ich also wieder die 116, 117 gewählt und habe denen gesagt, gut, die haben mir in der Mail geschrieben, ich soll sie kontaktieren, weil ja der Arzt jetzt schon zu hat. Dann haben die zu mir gesagt, ich weiß auch nicht, warum immer überall erzählt wird, dass wir auch Tests machen. Wir machen keine Tests. Sie müssen bitte entweder beim Gesundheitsamt anrufen. Und ich dachte mir so, was soll das eigentlich? Ich werde hier nur von einem Punkt zum nächsten geschickt, richtig in neu hing. So, ich habe schon mit allen 10 Mal telefoniert. Oder sie müssen sich morgen einfach einen Termin beim Hausarzt machen. Das habe ich dann gemacht am Donnerstag. Ja, und da habe ich dann den Test gemacht, den PCR-Test umsonst. Dann habe ich am nächsten Tag, ja, da habe ich einen kleinen Clip mit gefilmt. Entschuldigung, dass ich so gümmelig aussehe, aber es ist jetzt Freitagvormittag und ich habe gerade, ich wollte sagen, gerade hat mich der Arzt angerufen. Aber ehrlich gesagt war ich zu neugierig. Ich habe den Arzt angerufen, wollte wissen, wie es jetzt aussieht und ja, habe jetzt die Bestätigung bekommen. It's official now. I'm a Corona-Bitch. Ich warte jetzt noch auf den Anruf vom Gesundheitsamt und die geben mir dann further instructions, wie es jetzt weitergeht. Also, wir haben schon am Telefon gesagt, eigentlich wird jetzt wahrscheinlich 14 Tage oder 10 bis 14 Tage in Quarantäne sein müssen. Also habe ich gewartet. Also, es ist jetzt ein paar Stunden später. Ich habe, glaube ich, um halb elf Bescheid bekommen und die haben gesagt, dass sich jetzt das Gesundheitsamt bei mir melden wird. Aber es ist jetzt fast zwei Uhr und noch immer keine Nachricht. Und ich habe auch schon ein paar Mal versucht, die anzurufen. Aber, ja, geht keiner ran. Und gewartet. So, nur ein kurzes geiles Update. Also, das Amt hat noch immer nicht bei mir angerufen. Es ist jetzt sehr viel später. Es ist jetzt abends. Ja, und dann habe ich mich irgendwann entschlossen, denen eine Mail zu schreiben. Und dann kam als Antwort nur darauf zurück, aufgrund der hohen Fallzahlen momentan schaffen sie es nicht mehr, tagesaktuell das abzuarbeiten. Aber in den nächsten Tagen wird sich ein Ermittler bei mir melden. Und für mich wurde jetzt die behördlich angeordnete Quarantäne ausgesprochen. Und es war am Freitag, also ging ich davon aus gut. Ich werde wahrscheinlich frühestens am Montag Bescheid kriegen. Ja, heute ist Dienstag und ratet mal, wer immer noch nicht angerufen hat. Ich habe es mir jetzt selber ausgerechnet. Also, am Freitag war ja der Tag, an dem ich den PCR-Test bekommen habe. Also, denke ich mal, dass ich jetzt einfach zwei Wochen bis zum 5.11. in Quarantäne bleiben muss. Okay, das muss ich jetzt kurz zwischenschieben. Es ist Mittwoch und ich hatte gerade endlich den Anruf vom Gesundheitsamt. Jetzt fühle ich mich natürlich wieder ein bisschen schlecht. Obwohl ich hinter dem stehe, was ich gesagt habe. Es war wirklich bisher ziemlich, es ist suboptimal gelaufen. Aber jetzt, wo ich mit denen telefoniert habe und natürlich auch gehört habe, wie stresst ich das für die ist, tut es mir ein bisschen leid. Folgende Infos habe ich jetzt aber gerade bekommen. Also, und ich finde es wichtig, das nochmal mitzuteilen. Meine Quarantäne gilt ab Symptombeginn. Ich habe ja am Mittwoch den Test gemacht und Dienstag war der Symptombeginn. Und dann ist es so, dass du ab Symptombeginn, zwei Tage zurück noch, also ab Sonntag, ab da musst du gucken, welche Leute du gesehen hast. Und alle Leute, mit denen du länger als 10 Minuten dicht zusammen warst, die gelten als Kontaktpersonen. Und die müssten eigentlich auch in Quarantäne, es sei denn, sie sind doppelt geimpft. Wenn sie doppelt geimpft sind und symptomfrei, dann müssen die nicht in Quarantäne. Genau, und für mich ist es jetzt so, also die haben ab Symptombeginn dann 14 Tage gerechnet. Das heißt, das ist jetzt bis Dienstag und ich kann Montag, also, oder ich muss Montag jetzt nochmal einen PCR-Test machen. Der wird vom Amt angeordnet. Und wenn der negativ ist, dann darf ich wieder raus. Was ja wirklich dumm ist, ist, dass all die Leute, die jetzt in Quarantäne gemusst hätten, jetzt wäre es eh halt hinfällig, weil die sich so spät gemeldet haben. Also, die hätten halt seit Dienstag dann auch in Quarantäne gemusst für 10 Tage, aber das ist jetzt morgen eh vorbei. Und da die heute erst angerufen haben, haben die auch gesagt, ja, das lohnt sich jetzt nicht mehr. War zum Glück in meinem Fall, weil alle Leute, mit denen ich, also alle meine Freunde sind eh doppelt geimpft. Das heißt, die hätten eh nicht in Quarantäne gemusst. Aber, ja, sie hat auch gesagt, sie weiß, das ist ein Problem, aber die kommen halt nicht hinterher. Das ist echt suboptimal. Okay, jetzt die nächste Frage. Hast du Symptome? Not really. Ich fühlte mich ja ein bisschen angeschlagen, halt so verschnuppt. Ich finde, man hört es auch noch ein bisschen an meiner Stimme. Das Einzige, was passiert ist. Also, heute ist der vierte Tag und, nee, dritte Tag? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, mir geht es eigentlich ziemlich gut. Aber es sieht so aus, als würde sich gerade mein Geruchssinn und damit auch mein Geschmackssinn ein bisschen verabschieden, weil ich habe so ein Desinfektionsmittel, was richtig doll riecht. Und ich rieche es einfach gar nicht mehr. Und ich habe jetzt hier einen Kakao. Und er schmeckt einfach nur noch warm. Und jetzt habe ich überlegt, eigentlich wollte ich mir meine Brötchen jetzt beschmieren, aber ich glaube, ich mache da jetzt einfach nur ein bisschen Vegan Butter und Salz drauf. Weil es lohnt sich auch nicht, jetzt die ganzen Sachen zu benutzen, wenn ich das eh nicht schmecke. Das ist ein bisschen sad. Also, ich habe hier auch meinen leckeren Energy, den ich kaum schmecke. Ich schmecke ihn auch nicht gar nicht, aber ich schmecke schon es reduziert. Aber an sich scheint die Impfung da doch einen guten Job zu machen und mich vor den ganzen Symptomen so zu schützen. Ich habe es immer so gesagt, also wäre ich, wäre es jetzt nicht Corona und ich wäre zum Beispiel verabredet, dann würde ich mich dadurch, wie ich mich jetzt fühle, würde ich nicht absagen, sondern würde ich trotzdem hingehen. So gesund fühle ich mich. In dem Atemzug will ich auch noch mal kurz was zur Impfung sagen. Viele waren irgendwie doch schockiert von meinen Freunden, als sie gehört haben, dass ich jetzt Covid habe, weil alle waren so, boah, krass, du bist ja geimpft. Ja, aber natürlich gibt es Impfdurchbrüche, ne? So, das passiert. Ich habe dazu noch extra einen Screenshot vom RKI gespeichert. Das hatte ZDF gepostet. Und zwar, RKI bestätigt Effektivität von Corona-Impfungen. Und da steht auch drunter, ja, man kann trotzdem erkranken, aber es schützt einen sehr gut vor schweren Verläufen. Und da stehen auch noch mal Prozentzahlen drin. Zum Beispiel Schutz vor Tod ist, wenn du unter 60 bist, bei 100%. Und wenn du über 60 bist, bei 91%. Schutz vor Hospitalisierung bis 60, 95% und über 60, 94%. Und Schutz vor Intensivstationen bis 60, 97% und ab 60, 95%. Also, ja, es lohnt sich einfach, sich zu impfen. Und das ist auch mein Appell, den ich mit diesem Video noch raushauen möchte. Wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr geeignet seid, euch impfen zu lassen, lasst euch bitte impfen. Ich gehe auch fest davon aus, dass ich diesen milden Verlauf, und dass es mir so gut geht, auch der Impfung zu verdanken habe. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass wir über kurz oder lang eh alle irgendwann mit diesem Virus in Kontakt kommen. Mai hatte das ja auch mal in einem Video gesagt, dass der wahrscheinlich bleiben wird. Aber wenn wir uns eben alle impfen lassen, dann ist er keine wirkliche Bedrohung mehr. Dann existiert er halt als, ja, Virus, so wie andere Viren auch existieren und haut uns eben nicht so vom Hocker. So, dann haben mich auch noch viele gefragt, woher hast du es? Das weiß ich natürlich nicht. Es gibt aber zwei Veranstaltungen, auf denen ich war, wo ich es mir vorstellen könnte, obwohl die beide, of course, 3G waren. Ähm, aber ich wüsste nicht, wo ich es sonst her haben sollte. Vielleicht habe ich es auch einfach aus dem Supermarkt mitgenommen. Das kann natürlich auch passieren, aber, ja. Und dann noch die Frage, so, und was machst du jetzt so in Quarantäne? Es ist schon ein bisschen nervig. Also, ich glaube, die ersten paar Tage werden jetzt ganz angenehm, weil ich das Gefühl habe, ich kann endlich mal so Sachen nachholen, wie zum Beispiel My Hero Academy ja gucken. Ich habe ja so passend dieses T-Shirt angezogen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Denn literally das Beste, was ich gerade machen kann, ist auf der Couch hocken und niemanden sehen. Ja, dadurch, dass ich ja das ganze Equipment hier habe, kann ich zumindest ein bisschen arbeiten. Ich habe mir sogar... Wait. Ich habe mir sogar ein Buch ausgeliehen von einer Freundin, beziehungsweise sie hat es mir verantwortungsvoll vor die Tür gelegt und ist nicht reingekommen. So bereichte ich mich auf die Quarantäne vor. Das Nervigste ist wirklich, ja, natürlich, dass man halt niemanden sehen darf. Mick und ich schlafen ja jetzt auch die ganze Zeit nicht zusammen. Und auch, dass man so, dass du halt nichts machen kannst. Also ich räume hier so auf, aber ich kann theoretisch nicht mal den Müll runterbringen. Oder so, ich kann halt nicht einkaufen gehen. Das heißt, ich bin bei allen Sachen auf andere angewiesen. Aber gut, ich meine, es sind auch nur zwei Wochen. Und ich habe mir jetzt auch noch überlegt, ich habe hier noch Schnelltests und habe mir jetzt überlegt, ich möchte jeden Tag einen Schnelltest machen. Ändert natürlich nichts an der Quarantäne, also ich muss trotzdem jetzt die 14 Tage in Quarantäne bleiben. Aber es interessiert mich einfach, wie lange der Test noch positiv ist, weil ich mich ja vorher auch nicht hätte testen lassen müssen. Und, ähm, ja, mich jetzt einfach interessiert, wie lange der Test positiv ist. Weil, vielleicht hatte ich es ja auch schon ein paar Tage vorher, ohne es zu wissen. Das kann ja auch sein. Ähm, ja, ich habe jetzt jeden Tag einen Test gemacht und tatsächlich ist der Test seit gestern auch schon wieder negativ. So, zweiter Test in a row. Also, ich habe gestern einen gemacht und heute, und der ist jetzt wieder negativ. Also, das ist doch schon mal gut. Also wäre die Chance sogar relativ hoch, wenn ich jetzt nicht so regelmäßig getestet hätte oder vielleicht auch nicht an dem Tag getestet hätte, dass ich es gar nicht mitbekommen hätte. Deswegen denke ich mir, ja, vielleicht ist so ab und zu mal einen Test zu machen gar nicht die allerdümmste Idee. Gut. Ich hoffe, dass ich damit ein paar Fragen beantworten konnte und dass es vielleicht für den einen oder anderen interessant ist. Ihr braucht euch keine Sorgen um mich machen. Mir geht's gut. Ich bin sehr froh, dass ich geimpft bin. Ähm, ja, sehe das Ganze entspannt. Das Einzige, was mich halt wirklich krass abfuckt, ist die ganze Sache mit dem Amt, weil ich mich da wirklich ein bisschen alleine gelassen fühle und es mich auch nervt, dass ich den Leuten nicht Bescheid geben kann, was jetzt Sache ist. Alright, dann an der Stelle, ähm, passt auf euch auf, stay safe, macht vielleicht hin und wieder doch mal einen Test, einfach um euch zu checken und dann fühlt euch virtuell mit 1,5 Meter Abstand gedrückt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.